777 hat Maria Theresia die Diözese Sombathel gegründet, deren Gebiet je einen Teil der Komitaten Vosch und Sola umfasst. Zu ihrer Naturschönheiten gehören das Kösegergebirge, der Fluss Raab und die Hügellandschaft in Sola. Die Diözese Sombathel wird auch als Boden der Märtyrer und Heiligen erwähnt. Sankt Martin, Josef Minzenti sind hier geboren. Hier fanden der heilige Quirin und Janosch Brenner den Märtyrer Tod. Die Geschichte der Stadt geht bis auf die Steinzeit zurück, aber seine mittelalterliche Geschichte ist wirklich von großer Bedeutung. 1532 gelang es Miklos Juricic, den gegen Wien ziehenden türkischen Heer hier aufzuhalten. 1894 wurde eine der schönsten Neopartel. gotischen Kirchen des Landes aufgrund der Pläne des Wiener Architekten Ludwig Schönefertig. Die Geschichte der Stadt ist wirklich von Wiener Architekten Ludwig Schönefertig. Die Geschichte der Stadt ist wirklich von Wiener Architekten Ludwig Schönefertig. Das farbenfrohe Bild des Kircheninneren zieht den Besucher sofort in seiner Bann. Die Bögen, Säulen, Pfeiler leiten den Blick in die Höhe. Pflanzliche Ornamentik und geometrische Muster überdecken abwechselnd die Wände des Kircheninneren. Die Decke der Kirche erinnert an den Sternenhimmel. Am Hauptaltar befindet sich die Statuenkomposition Herz Jesu. Dasselbe Thema ist hinten am Glasfenster zu sehen. Die Glasfenster zeigten aber zum Beispiel auch die ungarischen Heiligen, hervorragende Gestalten der Kirche, Ereignisse aus dem Leben Jesu und der Jungfrau Maria. Weiters auch St. Martin, den Schutzheiligen der Diözese. St. Martin, den Schutzheiligen der Kirche,